Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es wieder mal ein Orakel und zwar das Champions League Spiel Lokomotiv Moskau gegen FC Bayern München. Ja, die Bayern, ja 4-0 letzte Woche gegen Atletico, am Wochenende 5-0 gewonnen. Ja, also ich schätze mal, dass wir, was soll ich sagen, 4-0 für Bayern. So, hier sehen wir noch die Aufstellung von Lokomotiv Moskau. Ja, da kenne ich eigentlich gar keinen. Bei den Bayern, ja, da ist Davis leider verletzt, da habe ich jetzt Hernandez drin. Hernandez, Alaba, Süle, glaube ich, oder ist das Boateng? Ich meine, ist Boateng drin. Jawohl, und Pavard rechts. Dann haben wir hier Goretzka und Kimmich. Da haben Müller, Sané und Gnabry, da stimmt irgendwas nicht, aber egal, und Lewandowski. Ja. Das geht's dann halt. Die Bayern von rechts nach links. Ich habe es mit den Champions League Trikots genommen. Und hier ist schon Sané. Sané hat ja ein schönes Tor geschossen am Wochenende. Mal schauen, ob ich das hier auch hinkriege. Hier haben wir Hernandez. Ach, schade. Müller ist im Moment auch echt sehr gut drauf. Und der Flick sowieso wieder richtig super. Ja, Kovac, ich weiß nicht, was mit dem war. Genauso wie Löw, der Müller ja nicht berücksichtigt oder nicht mal ins Team holt. Ja, richtig belastend für Müller. Gibt immer 100% im Verein. Oh, und hier Sein überguckten Sané hin. Der Ball ist vorne und er guckt nach. Ah. Also da hätte können Sané mehr draus machen. Und Sané hat den Ball nochmal. Komm, 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 ran, ran. Ach, schade. Und hier ist Müller. Müller. Ah. Oh, oh. Der war, ja, 10 Kilometer über dem Tor. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie der Spiegel ausgehen wird. Ich habe ja viele Bayern München Fans unter meinen Abonnenten. Äh, Schwierigkeitsstufe habe ich hier Profi jetzt drin stehen. So, jetzt geht es wieder nach vorne hier. Oder auch nicht. Na, das war ja mal ein scheiß Fehlpass. So, jetzt muss ich hier wieder Goretzka den Ball holen. So, neuer nach vorne dreschen. Und ja. Müller hat den Ball. Zu Sané. Dann spielen wir hier wieder zu Goretzka. Dann hierzu Hernandez. Wieder zu Sané. Ab in die Mitte und... Goal! Jawohl. Der beste Stürmer ganz Europa. Finde ich. Oder auf der ganzen Welt sogar. Im Moment. Wer auch dafür ist, kann es in die Kommentare schreiben. Hier ist wieder Lewandowski und... Ah, der war nicht so gut. Der war gut. Hier haben wir wieder Müller. Uh, der war gar nicht so schlecht. Hier durch Goretzka. Ja. Ich glaube, Lok Moskau... Lokomotive Moskau ist, glaube ich, im Moment Zweiter in ihrer Liga. So viel wie ich weiß. Aber ich kenne da auch keinen einzigen Spieler. Falls ihr einen kennt. Dann seid ihr echt Fußballprofis. Also wo ich mich ein bisschen auskenne, ist hier die englische Liga. Ah, ich wollte jetzt gerade zu Sané spielen. Ah, Boateng. Einfach klasse. Boateng ist auch wieder richtig gut drauf. Und der Flick. Gnabry. Ja. Und wieder Lewandowski. Cool. Cool, 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 cool. Das Zweifel. Vielleicht macht er noch ein Hattrick. Sprachenlernen. Vielleicht macht er ein Hattrick. Wir haben noch 15 Minuten Spielzeit. Wäre noch machbar. Wenn ich den Ball nochmal bekäme. Hier ist er schon. So, hier ist er, nee. Hol dir den Ball. Hernandez. Ah. Das war aber auch mal nicht gut. Das ist schon besser. Ah. Schade. Da war die Abwehr schneller am Ball. So. Sané bittet sich an. Oh, oh, oh. Die waren ja mal richtig, äh, klasse Kapper. Oh, Sané muss hier eine Abwehr aushelfen. Und. Äh. So geht das nicht hier. So nicht. Sehr schön. Und wieder schön blöd verloren. Und auf geht's. Auf. Komm schon, Knappri. Oh, nein. Ah. Nein. Verloren. Ich glaube, das war es jetzt, oder? Bekomme ich noch eine Chance? Komm schon. Holt euch den Ball. Lewandowski. Nein. Nein. Das ist bitter. Das hätte können, das dritte Tor werden. Ja. Halbzeit. 2-0. Recht gut. Also, äh, mein Tipp könnte vielleicht wahr werden. So. Ich denke mal, so. 60. Minute wechsle ich mal. Komm, Sané. Ach, da ist ja gar kein. Na gut. Dann gibt's halt ein Wurf. Ein Wurf. Lauf. Nein. Wer war noch dran? Oh, sehr gut. So. Eckeball, Eckeball. Und der Taubert ist natürlich wieder am schnellsten dran. Nein. Nein, Abseits. Kimmich im Abseits. Könnte ja fast OP sein. Uh, der ist nicht gut. Der Pass war nicht gut. Gleich mache ich das mal so, dass ich mir Leute aus meiner Community raussuche. und mit denen dann hier, ähm, das Orakel aufnehme in FIFA. So, wie ich das ab und zu mal mit Kolle gemacht habe. Also, ihr müsst dann mindestens schon FIFA 21 haben. Vielleicht auch Discord. Nein. Ach, das war bitter. Ach. Schubitter. Ja, moin. Ein Abstoß. Kimmich. Kimmich im Sturm. Ja, moin. So, jetzt wechsel ich gleich mal zum ersten Mal. Ach. Ach. Kleine Lümmels. Ha. Und die kriegen einen Muff. Ja, moin. Komm, da wechsel ich auch. So. Schauen wir mal. Ob Schubo mit Tingen sein. Erstes Champions League Tor im Bayern Dress macht. Jawohl. Da ist das Tor. Superbo Ding. Kaum drin. Macht das Tor. Wunderbar. Schön gespielt von Müller. Ja. Schönes Tor. So. Vielleicht macht Komma noch eins. Mal schauen. Oh nein, der war scheiße. Der Pass. Ach. Powered. Boateng. Nein, hier ist Boateng. Oh. Dann ist das andere Alaba. Ich hab die Rückennummer nicht richtig gesehen. Komma an. Komma an, du bist doch schnell. Ich glaub aus dem Winkel war ein bisschen blöde. So, hier ist wieder Command. Nein. Was machst du? Hö. Das ist Lockbox. Kau hier wieder mal in den Griff. Lock, lock, lock. Also unsere Gruppe finde ich eigentlich, die ist noch ziemlich locker. Wenn ich Dortmund oder so sehe. Die haben es nicht so einfach. Dortmund spielt ja dann morgen. Morgen Abend. Also Mittwoch. Nein. Ach, schade. Komma an, hätt's beinahe gemacht. Komma an, ist auch im Moment echt super drauf. Ja. So, nochmal eine Ecke hier. Oh, der war gar nicht so schlecht. An die Latte. Ja, moin. Latte, Latte. Wir müssen flach und hart schießen, wie Ben immer sagt. Flach und hart. Ja, gestern Abend hat hier noch Pex Trader gestreamt. gestreamt. 20 zu 10 hat er in seiner Weekend League abgeschlossen. Nicht schlecht, er spricht. Also er kann schon mal besser FIFA spielen wie ich. Copy. Ne, Quatsch. Kein Copy. Der ist schon echt gut. Den bräuchten wir auch nochmal in Pro Clubs. Genauso wie Ben Masterful. Oder hier Sky Apps. Weiß er nicht. Manche sind ja noch nicht so lange dabei. Wir hatten ja mal so ein Pro Clubs Team gehabt. Da waren viele dabei. War auch richtig lustig immer. Aber halt immer auch chaotisch. Seitdem, ja. Will Ben das nicht mehr. Weil ihm das zu viel äh, stressig ist. Ist aber auch verständlich. Also Und dann sind alle im Sturm. Keiner will Abwehr machen. Come on! Nein! Oh come on! Was machst du? Ach, schade. Ja. Die Nachspielzeit oder die Spielzeit wo noch draufgerechnet worden ist jetzt vorbei. Ja. Ein 3 zu 0 hier im Orakel. Mein Tipp habe ich am Anfang schon gesagt. Ja. Denkt dran eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Da würde ich sagen bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.